Let's 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 Hallo Leute, willkommen zu einer Runde Bedwars, heute mal mit dem MC Luke VL Play. Genau, okay. Und ja, ich würde sagen, wir spielen hier auf GOMBEC und Bedwars und wir spielen auf der Map Antic. Und auf der Map haben wir beide noch nie gewonnen, deswegen ist es richtig spannend hier zu spielen. Und ja, wir spielen jetzt hier einfach und Luffy ist voll darauf vorbereitet, dass ich jetzt aufnehme einfach. Ja, total vorbereitet. Ja, genau, ja. Der hat grad schon Kinderriegel gegessen. Genau, ja. Na, Riegel! Ja, genau. Hat sich grad so angehört wie, wie, äh, Sky. Deine Stimme. Nein, die will man sich nicht anhören. Genau. Was? Hoffentlich, Sky guckt das Video nicht. Ja, ich bin in der Mitte. In der Mitte of the street. Ah, hauus. Da geht eigentlich der Batman-Let's-Play weiter. Warum hast du dich nicht hochgebrochen? Warum hab ich das erste Team schon zerstört? Krass, was war das? Einfach der Typ. Der Typ, ich hab den runtergeschmissen. Dann hab ich sein Batman abgebaut. Das heißt, der konnte nicht mehr beursommen. Das heißt, ich musste ihn nicht mal ein zweites Mal umbringen. Ah, läuft schon bei mir. Alter, wieso können die Typen hier einfach schon so heftige... Ich sterbe gleich, Luffy, also ohne deine Hilfe. Okay, eigentlich ja nicht. Ich schreibe mal, LPN nimmst du auf. Von wem? Von Freaky Clown LP. Ja, der wird auf jeden Fall verlinkt. Nein. Klasse. Schreib mal Ja. Nein, ich schreib gar nichts. Alter, wieso haben alle ihre Bands schon eingebaut? Nein. Leute. Lass den mal bei uns. Ja, das ist nicht so gut. Ich will's über... Ich hab grad nen Bogen geholt, nein. Spaste. Ist das euer Ernst, dass wir jetzt tot sind, oder was? Das ist runter, ich hab runtergehauen noch. Im letzten Moment. Was auch der letzte Block. It's for the last block. Bin ich wie bei uns? Voll cool eigentlich, so. Ich hab vier Gold, das heißt, ich hab jetzt nen Bogen. Ist das gut? Ja. Ich hab auch gar nichts gedeutet, aber war dann getötet. Ja, gut, ne? Poutini, sagen die immer schön. Poutini. Ich mag das Wort Poutini nicht. Jaja, Sama? Was? Jaja, Sama verstehe ich auch nicht. Hä, was ist passiert? Du bist einfach so geglitscht. Ich muss ja kurz das zu essen, holen Nahrung. Die mit viel Nahrung. Finden halt nen Lutscher. Du bist ein Lutscher, ja genau, das bist du. Kein Lutscher, nen Lutscher. Ach, nen Lutscher. Ich muss mir doch nen Bogen, äh, nen Schwert holen. Schwertchen. Rausende, bitte. Nee. Hol mal fünf Gold, dann haben wir doch nen geiles Schwert. Ja, nee. Rausende, bitte. Der backt im Boden. Er macht nen Kuchen im Boden. Backt halt. Läuft bei ihm richtig. Aber der Kuchen schmeckt auch. Ich hoffe es. Nein! Houtini. Houtini würde ich auch immer sagen. Und die eine rote Atent mit nem Boden begeht. Begeht einfach. Ja komm, wir gehen in den Stürm jetzt mal, oder? Wir erstmal rüsten vielleicht. Das wäre vielleicht auch gut. Kapp'n Darmberg. Dann ja auch auf das mal. Hast du vielleicht noch Blöcke? Ich bin ja beim Ausrüsten noch. Hallo. Hi. Hi. Ja, hi. Wie geht's dir denn heute? Mir geht's gut. Und hier? Ja, mir geht's toll, ja. Ich hab mir cool von dir. Ja, ich von mir auch. Richtig fresh. Fuck, Alter. Ich hab'n bist tot. Fuck, mit voll ausgerüstet. Wieso haben alle schon Bögen? Das ist doch kacke. Hab' auch gerade 8 Gold geholt. Ich find' das besser, dass wenn nur wir Bögen hätten. Ja, find' ich auch besser. Kommst du hier her, kleiner? Mach Gold. Ach, dem ich den blauen blauen umgebracht habe. Ich verstehe nicht, was die mit ihren Spitzhacken wollen. Die machen gar keinen Schaden. Also nicht wirklich viel. Mach Gold, ne. Oh, der hat jetzt ein Schwert. Der hat jetzt ein Schwert. Okay, das Schwert ist stärker, okay. Jetzt bin ich wieder bei dir. Was bekomme ich jetzt was Schöner von dir? Hallo. Kannst dir gerne Gold holen. Da, auf der Küste. Okay. Rund in der Mitte die Töte. Weil ich krass bin. Wir wissen, dass du krass bist. Weil du Luffy bist. Hab' ich die gesamten 8 Gold? Nein, natürlich nicht, ne. Oh shit, der hat mich grad noch runtergeholt. Ich hab' mich auch anguckt dabei. Mal runterfallen. Das ist voll der Gemeine, ne. Alter Luffy. Voll frech. Ich hab' unser Gold grad runtergeschmissen. Was? Hier, viel Gold macht den Bogen. Ich mach' mal, hol' mir nochmal ein Schwertchen. Da, tot, 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 tot. Der juckt mich aber nicht. Könnte mal bitte, danke. Mir wird einfach gegostet, ganz Zeit. Wow, der hat drei Blöcke abbauen können toll. Ja, wehr Wunsch. Brod. Wenn das Video, wie du nie, nee, ne, du hast recht, ich bin. Nie, nie sehen wirst. Mit Wunsch. Ja, werf mich weg. Wer wird, welches, wie du nie sehn? Der Rote da. Ja, genau. Ja, genau. Oder vielleicht doch, vielleicht ist er ja ein Abonnett von dir. Ja, glaub ich nicht. Mag' ich auch nicht. Das kenne ich nicht. Der meine Abonnett schon fast. Ja, du hast 400 momentan. Ja, schon fast. Fast. Das ist doppelt so viel wie ich hab. Ja, einiges haben wird. Das hier immer so haben wird. Ja, einiges haben wird. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Warte. Ja, jetzt würde ich jetzt, wenn ich jetzt mein YouTube-Kanal da schädere, das würde sein. Alter, läuft mit dem. Das bedeutet, was? Das zeigt uns ja nur, dass wir schleicht, dass wir schlecht sind, gar nicht? Ja, ich sag mal. doch da eigentlich nö 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 schon auf Blöcke und dann können wir eigentlich wieder los ich hätte schon Bock bei irgendwie zusammen mit dir hier rumzulaufen weil sie ein bisschen die Map zu erkunden ja wäre ja klasse wer so gemacht hat so ein bisschen stadtrund für sind ja die besten Freunde oder damit macht man sowas okay das ist jetzt neu aber das sind keine Freunde mehr doch wir sind Freunde natürlich nicht ja mann jemand werden sind da er hat er weiß auch auch gut du bist auch wieder weiter muss ich wieder bei Prof. Klappspartner in TS dafür weiß warum und meine Probleme zu Motoren ich bin aber gerade bei Blau und wird Blau ich bin also es wird so gut vielleicht Klappspartner Elton sind zu retten er hat auch direkt so gut bei dem bei der Europäer Kassel sind auch noch im Töten Kanzel ist auch im Töten der Lebtnachung des Kurs abkommt ich in drei Mal Bogen getroffen Warte als ich heute in der Bogen treffen war gut gemacht mit sie würde von der Mäßigert machen wir machen wir in einem in einem durch hier alles das war voll geil wie ich gerade Team Blower einfach getötet habe äh war Biesten der Tochter bin ich der der Null macht und trotzdem gewinnt eventuell ja das war auch geil die ja wir uns beiden auf die Kanäle nehmen über dir ja du hast gefehlt aber Hauptsache du konntest noch meine der andere springt so schon runter ich würde sagen GG hast du es runtergesprungen? ne ja der stirbt gleich ok das war GG auf jeden Fall diesmal habe ich sogar echt mal was gemacht tatsächlich freaky clown LP einfach sooo das war's mit der Aufnahme Jo es war auf jeden Fall ne ich fand erst mal die DDoS weil wir verloren haben ja genau so genau DDoS incoming ach schade ich konnte es nicht mehr zu Ende schreiben ja das war auf jeden Fall ne gute Runde so mit dem Luffy und so weiter also dann jo dann äh keine Ahnung macht irgendwas tolles hehehe schalte beim nächsten Mal wieder rein wenn es heißt Minecraft mit dem Luffy keine Ahnung und auf jeden Fall ja dann schaut man nächsten Videos vorbei oder so und schaut bei Luffy vorbei und schaut von mir vorbei und schaut von mir vorbei und schaut von seinem Stream und schaut meines Streams und keine Ahnung lebt euer Leben und ja tschau tschau das war übrigens die komischste Absage eines Videos aber egal tschüss auf Wiedersehen bäh tschau